Servus zum Technik-Check. Heute zeigen wir euch die Dip-Maschine. Der Daniel macht wie immer einmal falsch vor. Wir sehen hier, er rundet extrem ein und nimmt seine Schultern mit in die Bewegung mit rein. Das heißt, am untersten Punkt drückt er eben hier auch nochmal mit raus. Wir wollen hier aber den Trizeps und zum Teil die Brust trainieren. Das heißt, der Daniel setzt sich jetzt einmal richtig hin. Schulterblätter werden hinten festgemacht. Die Brust wird rausgenommen und dort auch gehalten. Und die Ellbogen wandern eben nach hinten. Und dann am untersten Punkt wird nur der Ellbogen gestreckt und die Schulter bleibt fixiert.